ich glaube ich wechsle mal auf eine andere waffe den sniper brauche ich nicht hier nicht unbedingt ein defenschaden 46 34 schiebt mich hier nicht weg jungs schiebt 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 du herr ich dachte ich hab alle erwischt da scheint jemand drin zu sein hier das wird der letzte gewesen sein das hier artefakt oder was ok quest hat sie aktualisiert was zum geier war das für ein ding ach so genau schaut auf der monolith das sollte hier einsammeln gut das ding habe ich jetzt soll ich mit wem quatschen strelok ok wir haben was wir wollten so so A true nature of the witch, wish granter, genau. Oh, it's a sham. 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 Oh, it's sham. Oh, it's sham. Okay, living legend beendet. See you. Oh, pow that could be done on track. Do you wanna watch him alone down? Shots。 da oben müsste ein Übergang sein Gibt es hier draußen überhaupt noch irgendwas zu machen? Ich glaube ich habe hier ein paar Verstecke hier hinten, oder? Stashes Da hinten ist eins Nur ein einziges Versteck hier hinten Hier geht es in dieses Hospital Hier ist der Sarkophag Inzwischen schaut das hier ganz anders aus Die haben ja hier, wie ich finde, unnötigerweise hier So einen riesen Bogen hier rum gebaut Den haben sie hier irgendwie außerhalb gebaut Und dann auf Schienen über den Reaktor 4 geschoben Das ist hier so ein riesiger So eine riesige Halle haben sie hier Über den Reaktor 4 hier Reaktor 4, weil Das ist der letzte hier in der Reihe Das sind noch drei andere Haben wir hier den Sniper irgendwo? Hättet sich fast so an Und wo genau ist der? Genau hier Das ist doch so ein paar Jäger Das ist doch 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 ein paar Jäger hier sind nämlich vier reaktoren vier reaktor blöcke in einer reihe hier hochgegangen ist praktisch die nummer vier hier und über den wurde dann diese riesige halle drüber geschoben die wurde hier außerhalb gebaut wegen strahlung keine ahnung und dann haben sie hier noch so schienen gelegt und haben sie hier diese ganze halle hier direkt zu drüber geschoben glaube ich eine halbe milliarde gekostet der spaß jetzt wird hier innerhalb dieser halle wird jetzt das ganze das ganze reaktor gelung hier wird es innerhalb dieser neuen halle abgebaut automatisch mit irgendwelchen robotern oder so ein scheiß gibt es hier eigentlich irgendwas zu entdecken oder so was ich eventuell machen könnte ist ich lasse hier mal einen rucksack hier machen wir mal ein stash weil zu denen kann man nämlich dann schnell reisen ich bin mir nicht sicher ob ich etwas entdecken kann zu dem ich das schnell reißen kann also mache ich mal ein stash npp das ist dann nur zu steckt mir da irgendwas rein da hauen wir das hier rein da passt bin nämlich in den schnell reisepunkt so quest mäßig irgendwie marker oder jetzt wo die finnisch wie finnisch ach so ok also ich muss die quest noch abschließen na gut das kann man natürlich noch machen immer mal zu sito witsch was ist denn hier mit dem scheiß los hier was piepsen hier so so äh so sito witsch der ist der ist der ist der ist der ist was sind wir denn da ist das da ist das da ach hier unten genau dann machen wir mal abschlussbericht mit dem sito witsch so anfängerdorf im kordon was das video zu sorgen hat so ich mal ausmisten gleich so was haben wir denn hier alles jetzt kommen wir weglegen das war wer lässt das wollte ich auf jeden fall ablegen wann habe ich denn die gefunden hier aus wollen noch zerlegen hier so dann was los was ist sache äh 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 das hier die richtige antwort der marktborn strellok haben wir gefunden äh äh ähh äh 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 Die meisten werden aber da trotzdem hinrennen. Äh, weil sie nicht wissen, dass das eigentlich das falsche Ende von Stalker ist. Es gibt nämlich zwei Enden. Äh. Proof? Welchen Proof habe ich dieses Artefakt, was ich gefunden habe? Was ist ein Pen Drive? Was ist ein Pen Drive? Ist das ein USB-Stick? Pen Drive? Wahrscheinlich. Encrypted Data. Äh, hier. Living Legend. Finished. Okay. People are talking about some dark store. Äh, geht's jetzt weiter? Okay. Eine unbekannte Fraktion. F.U., hast du von diesen gehört? Ich will jetzt mal gucken, was er zu verkaufen hat. Ich glaube, mir geht mich bald die Muni aus für das Kaliber 50. Äh, muss ein Muni verkauft, der die? Äh, das ist die... Scheiße, das ist die normale. Ich brauche die andere. Ich brauche die... Ne, warte mal. Ne, das ist schon... Ist es die richtige? Oder ist es nicht? Ach genau. Ne, ist schon die richtige, genau. Mal 50 Schuss hier von dem hier. Schaut es mit, äh, Winterressmoni aus. Äh, pff, habe ich zwar, aber... Das war die andere, die ist nicht so durchschlagskräftig. Gut, dann, äh, was hast du doch so? Hm, sowas kann ich eigentlich verkaufen. Nicht so wirklich was. Pistolenmoni, uninteressant. Schauen wir mal alles mit hier. Cell. Ich brauche noch ein paar Akkus für mein Exoskelet. Wie viele habe ich denn da eigentlich? 24, ne, da brauche ich nichts. Okay, äh. Gut, ähm. Ich frage mal nach diesen Darkstalkern. Das scheint mir das einzige Neue zu sein. Äh, 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 äh. FW, ne, ne? Ja, was sind diese Darkstalker? Äh. Was hier? Hier ist einer im... Village. Ich frage mal nach diesen Darkstalkern. Danke. So, ihr seid gekommen in der Metallschaufel? okay erst einmal ein goodbye von mir mysteries im woher was sogar ist das hier okay also hier ist irgendwie einer den soll ich mal anquatschen dann machen wir das mal vorher stelle ich doch mal ein bisschen näher ich hoffe ich kann hier etwas herstellen habe ich eigentlich noch so in dieser kaliber 50 habe ich glaube ich nichts in der kiste das ist nur diese normale br3 ich brauche die br6 die haut mehr rein definitiv das ist für die pistole das mal ablegen das small rifle die wir nicht brauchen ich würde das hier brauchen rifle muni nur hier rifle bullets wir schauen was geht keine ahnung wir stellen mal muni her und zwar die hier auch mal genau genau ich habe absolut nicht genug mit geschoss geschosse den rest hätte ich ja gut dann muss ich mich ein bisschen einschränken dann machen wir das jetzt momentan mal anders dann schieße ich nicht kaliber 50 sondern dann nehmen wir erst einmal wieder das ding kann ich übrigens ablegen dann immer mal wieder 5 56 und 39 und das ding das zählen wir mal hier das brauchen wir nicht mehr so und dann tun wir mal das gauss gewehr das können wir ablegen das war ja nur für die eine mission und ich glaube da müsste ich auch noch munition dafür haben die kann man auch ablegen das ist die hier weg damit müde bin ich scheinbar auch schon wieder sehr schön alles zerlegen das kommt alles nicht mehr gut das behalten wir hier dann würde ich jetzt fast sagen ich mache erst mal nickerchen bevor ich mich mit dem anderen typen der befasst und dann geht es weiter mit dieser anderen question mit dieser neuen wir pennen wieder bis um ich habe keine ahnung sechse schon hell genug sie und sie ja sie 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 Vielen Dank.